Hallo liebe Facebook-Follower, ihr seht hinter mir die Berliner Fernsehtourmen. Ich bin hier bei der Innenkampagne an der Volksbühne im Roten Salon gewesen. Wir haben diskutiert mit einem Blogger John Wirth aus Großbritannien und Manuel Sarrazin aus dem Bundestag. Wir haben über Brexit gesprochen, kontroverse Debatte, schöne Debattenkultur hier erlebt. Wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn der Brexit stattfindet. Und was überhaupt jetzt ausgehandelt wurde, die Stimmung ist positiv. Das liegt auch daran, dass viele, die heute da waren, 150, 200 Leute, für den Verbleib gestimmt haben. Aber jetzt warten alle gespannt. Die ersten Ergebnisse kamen aus Gibraltar. 96 Prozent sind dafür, die sind nicht repräsentativ. Wir warten jetzt auf die Städte. Es gibt keine Voramtfragen wie in Deutschland. Und von daher heißt es jetzt abwarten, schlafen gehen, aufwachen in der Hoffnung, dass es gereicht hat. Schöne Grüße aus Berlin und stay tuned. Tschüss. Schöne Grüße aus Berlin und stay in Berlin. Jerusalem und Welcome to Berlin. Vielen Dank.